Das Nikolaus Klose Das Nikolaus Kloster in der Stadt Jüchten im Rheinkreis Neuss befindet sich bei Schloss Dück. Der genaue Ursprung des Klosters ist unbekannt. Nach Legenden soll eine St. Nikolauskapelle bereits im 12. Jahrhundert existiert haben. Erstmals schriftlich erwähnt wurde die Nikolauskapelle am 25. Februar 1398. Die Wiederbelebung des St. Nikolaus Klosters durch Ordensleute verzog sich vor ca. 110 Jahren. Der Name stammt ab vom Heiligen Nikolaus von Myra, der jedes Jahr am 6. Dezember gefeiert wird. Einmal im Jahr findet rund um das Kloster der vorweihnachtliche Nikolausmarkt statt. Aus der hauseigenen Backstube werden Kaffee und frischgebackener Kuchen angeboten. Auf der großen Terrasse kann man die Köstlichkeiten mit einem Blick ins Grüne verbinden. Sitzgelegenheiten sind ausreichend vorhanden. Auch Übernachtungen sind im Kloster möglich. Seit 2014 befindet sich im Park der Gedenkpavillon. Der Pavillon ist eine Gedenkstätte für Missionare. Lordes ist einer der weltweit meistbesuchten Wallfahrtsorte und liegt in Südwestfalen. Frankreich in der Nähe der spanischen Grenze. Die Wallfahrt nach Lordes begann durch eine Serie von Marienerscheinungen. Vor 100 Jahren erbauten Soldaten aus Dankbarkeit die Lordesgrotte im Nikolauskloster. Die Marienfigur kam zunächst aus München-Gladbach. Im Jahr 2013 wurde sie durch eine neue Statur aus Lordes ersetzt. Der schöne Klostergarten lädt zum Verweilen ein. Er bietet viel Platz für den Übernachtungsgast, Tagesbesucher, Schulklassen und auch Tagungsgruppen. Auf der Klosterwiese findet zur Zeit auch die Heilige Messe statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017